Ja, das ist eben mein Statement zum Thema, was Putin macht. Also es ist im Grunde deshalb, damit eben die Menschen und die ganze Demokratiebewegung, also die Freiheitsbewegung in der Ukraine unterstützt wird. Also ich finde, die Ukraine braucht da die volle Solidarität, unsere gesamte Hilfe gegen einen Mörder und Diktator mit größen Wahn namens Wladimir Putin. Und ja, das ist jetzt mein Statement, das da hängen soll, solange bis er wirklich im Gefängnis ist.